Hi, hier ist Patrice auf TV Bayern Live. Viele Grüße vom Chiemsee Reggae Festival. Und ja, die Sonne scheint heute ausnahmsweise. Auch dieses Jahr kamen an die 20.000 Besucher an den Rand der Alpen zum Chiemsee Reggae Summer in das Örtchen Übersee am Chiemsee. Bad Geusern! Bad Geusern! Hallo, Stell am Bodensee! Ich bin aus Bad Geusern und ja, wir kommen wegen der Reggae-Music her. Einer der Stars des Wochenendes, ein Sohn von Bob Marley, Julian Marley, aber auch die Lokalmatadoren Bradleys H. gaben sich die Ehre. Doch traditionell eröffnete die Blaskapelle Übersee Feldwies. Bayerische Klänge als Gegenstück zur jamaikanischen Volksmusik. Gut vorbereitet und bereit, alles zu geben, kamen die Gäste herbei. Und auch einer der Verantwortlichen ist gespannt. Ich bin natürlich immer sozusagen in freudiger Erwartung, wenn Chiemsee Reggae Summer ist. Das ist ja ganz klar, weil es halt einfach ein richtig geiles Festival ist, weil es ein super schönes, friedliches Festival ist. Die Leute haben sehr viel Spaß. Es ist insgesamt das 19. Festival. Ich bin seit 18 Jahren dabei, also hab ein bisschen Erfahrung bei dem Festival. Während der eine sich Gedanken über sein Outfit macht, treffen sich andere im Badekostüm zur Abkühlung und Beisammensein an der Tiroler Ache. Und nicht nur auf dem Campingplatz ist die Stimmung ausgelassen. Auch die Künstler sind zufrieden. Enjoy the nice weather and enjoy the good vibes. Hier am Chiemsee Reggae Summer, Uwe Banton. Patrice, einer der Headliner, der bereits am Freitagmorgen um sechs ein Konzert in München am Monopterus gab, erklärt, warum er hier ist. Ja, weil Chiemsee ist eins der größten Reggae Festivals hierzulande. Und es ist natürlich für jemanden wie mich ein absolutes Highlight, hier auch wieder zu spielen. Und natürlich ist es sehr schön gelegen und all das. Und klar freue ich mich immer aufs Chiemsee. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach so fester Bestandteil. Heute Abend klingt der Chiemsee Reggae Summer mit Gentleman, Elbe Rosi und anderen aus. Chiemsee Reggae, Chiemsee, was a real nice experience. Blessed long. Nächstes Jahr feiert der Chiemsee Reggae Summer übrigens sein 20. Jubiläum. I'll take it out. I'll take it out.